Die Bauma ist fast vorbei. Samstagabend. Sechs Tage liegen hinter uns. Sechs Tage, an denen wir hier in unserer Digital Base tolle Gespräche geführt haben, darüber, wie wir mit Digitalisierung den Fortschritt auf der Baustelle weiter vorantreiben können. Sechs Tage, an denen wir gezeigt haben, wie wir schon heute mit diesen Lösungen Mehrwert, Sicherheit und Geschwindigkeit auf der Baustelle erhöhen können. Sechs Tage, an denen wir aber natürlich auch einen Ausblick in die Zukunft gegeben haben, auf Schlüsseltechnologien, auf Trends, auf Visionen darüber, wie wir mit Digitalisierung und Technologie die Zukunft auf der Baustelle gestalten können. Und das ist natürlich auch schon ein kleiner Teaser für die nächste Bauma, auf der wir sicherlich einige dieser Visionen und Konzepte von heute als fertige Produkte werden erleben können.